Die Franzosen protestieren stets wie selbstverständlich gegen die Regierung. Die Deutschen protestieren gern untereinander gegeneinander mit Demos und Gegendemos. Ach ja, richtig. Das hatte ich ganz vergessen. Verzeih, Bruder. So, nun kannst du alles nachholen. Na du, ich habe ihn nicht getroffen. Aber ich treffe. Warum schlägst du ihn? Weil er auf die falsche Wange gezielt hat. Links fängt man an.